Leso nimmt sich eine Auszeit, nachdem ehemalige Mitarbeiter sie der sexuellen Belästigung beschuldigten. Die Sängerin verkündet auf Instagram, dass sie ein Jahr Pause macht, um ihren Frieden zu schützen. In einem Video zeigt sie sich auf dem Balkon ihres Ferienhauses auf Bali und genießt dort schweigend den Regen. Dabei präsentiert sie sich selbstbewusst in einem schwarzen Badeanzug und wirkt schlanker als zuvor. Ihre Fans sind begeistert und unterstützen sie in dieser schweren Phase. Eine Userin schreibt, genieße das Offline-Leben. Und, du siehst fantastisch aus. Leso zog sich zurück, nachdem sie von ehemaligen Tänzern wegen eines toxischen Arbeitsumfelds verklagt wurde. Auch im September meldeten sich weitere Personen mit ähnlichen Vorwürfen. Leso bestreitet die Anschuldigungen vehement und bezeichnet sie als ungeheuerlich. Trotz der schweren Zeiten zeigte sie sich kürzlich zufriedener als je zuvor. Ich bin so glücklich wie seit zehn Monaten nicht mehr, schrieb sie vor wenigen Wochen im Netz. Über die Zukunft der Anschuldigungen ist noch nichts bekannt. Ihre musikalische Karriere jedoch will sie nicht aufgeben. Leso betont, dass sie weiterhin Musik machen und Menschen verbinden möchte. Das war's für heute. Vielen Dank.